Oheide! Was geht ab, Neutron hier? Ich weiß nicht, wie lange ich dieses Oberteil schon anhabe. Ich hoffe, dass es erst der zweite Tag war. Man verliert, die Tage verschwimmen, die Tage gehen so schnell vorbei. Es ist auch schon wieder Donnerstag, morgen ist der 24 Stunden Livestream und ich weiß, als wäre es gestern gewesen, wo wir gestreamt haben, Sonntag, Samstag, Sonntag. Ich habe wieder ein Meeting gehabt, bezüglich der App Groups. Das ist die Startnummern-Listers, Kooperation mit zwei One Piece YouTuber, Skype One Piece, falls euch das was sagt und Kage. Und ja, ich habe nochmal nachgefragt, wir haben besprochen, was ich alles machen darf, verhandlungstechnisch und so, was mein Budget ist, mit wie viel ich die locken darf, dies, das. Echt interessant, also das ist echt interessant. Ich habe gestern im Video gesagt, dass ich doch nicht so viel lerne, aber in dem Fall schon interessant, wie die da rangehen und was ich jetzt machen darf, wie ich mit denen verhandeln darf, auf der anderen Seite mal. Und schauen wir mal, ob ich diese zwei YouTuber an Land ziehen kann für eine Kooperation. Hongx Tourtechnisch habe ich auch versucht, eine an Land zu ziehen. Also, was jetzt an Land zu ziehen? Ich habe ihr schon vor Monaten geschrieben. Da meinte sie, das klingt interessant, sie wäre dabei. Dann habe ich mich länger nicht mehr gemeldet. Schlechtes Wetter, wir hatten zu tun und andere Sachen. Da habe ich ihr gestern, auch im Blog gestern, kurze Schwachnachricht geschickt, aber darauf hat sie bisher noch nicht geantwortet. Ja, umsonst ist heute Ende der Woche, ihr wisst Bescheid. Einmal die Woche, checkt mal ein Sandwich-Essen! Nicht! Überblende verkackt, aber ich habe Kuchen reinbekommen. Kurz geht los an die Nachbargän, aka meine beste Freundin. Ich schließe dich so auf dich! Also okay, der ist schon fett, also ich gönne mir, glaube ich, nicht alles. Gönne mir ein Stückchen und dann, Video wird geschnitten, ihr wisst Bescheid. Daily Vlogs sind am Start, Tag 8, 9, was weiß ich. Ja, schon stabil, schon stabil. Dann gehen wir Sandwich essen. Heute auch ein bisschen was zu erledigen, paar E-Mails, Stream vorbereiten für morgen, Hongstour, dies, das. Ihr wisst Bescheid, dies, das. Erledigen. Und vielleicht ein bisschen Bitcoin-Gelaber hatten wir schon länger nicht mehr. Das letzte, glaube ich, vor einer Woche mit der Abstimmung. Ja, die Abstimmung ist durch, es wird geburned, wir sind gerade dabei. Und ja, also es ist natürlich nicht so, hey, jetzt wird geburned, drück auf den Knopf, alles wird verbrannt und auf einmal steigt der Preis so. Sondern das ist ein langsamer Schritt, okay, es wird alles langsam geburned vorbereitet und dann geburned und dann kommen die Konsequenzen davon. Das wird in den Medien, Twitter und dann wird das ein bisschen aufgeblasen und hey, Interesse, Vertrauen ist da und dann hey, vielleicht Binance, was weiß ich, okay, ihr habt das gemacht, ihr seid krass, wir vertrauen euch, wir werden euch listen. Solche Sachen kommen dann Schritt für Schritt so der erste Dominostein sozusagen und dann hoffentlich mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und ist halt eine klasse Aktion und dann werden daraus hoffentlich viele, viele Sachen folgen. Als jetzt nicht so, hey, burn, okay, zack, alles wird verbrannt, zack, Preis geht so. So, Kim Jong, uh, jede Woche, ihr wisst bescheid, ich bin am Start, ich weiß es mir jetzt direkt, also es ist noch fresh und saftig. Ich habe immer noch kein Feedback zurück, Rückmeldung bekommen bezüglich meinem Supersafti-Sandwich bei denen und ich finde es halt immer noch krass, dass jedes Sandwich nur eine, also das von den Specials nur einmal die Woche am Start ist und dann halt nie wieder. Und manche von denen sind so krass, die sollte es für immer geben. Habe ich Serviette bekommen? Oh mein Gott, zum Glück. Der ist krass, wartet. So seht ihr besser. Schöne Schärfe, geile Wurst. Auf das Sauerkot kann ich ein bisschen verzichten. Ich hatte den Sauerkot-Kimchi, oder? Heftig. Acht Euro, spitze Würstchen, ihr wisst bescheid. Sandwich ist immer saftig, aber auch immer Sauerei. Ich gönne mir jetzt, schaut mir nicht zu, wie ich kleckere, Leute. Tja, der war okay. Die Wurst war krass. Das Kraut hat mir so gar nicht getaubt, also der hatte mega Potenzial, aber ist auf jeden Fall ausbaufähig. Tati, klau die Wurst. Ansonsten habe ich Rückmeldung bekommen von Kage. Für Influencer-Kooperationen bezüglich der App-Groups. Er sprengt ein wenig unser Budget. Es ist jetzt nicht überviel, was er haben will, aber mehr als eingeplant. Deswegen muss ich jetzt mal schauen, ob sich das lohnt, ob ich so viel aushandeln kann für den. Das ist halt schon viel. Natürlich will ich keine exklusiven Zahlen nennen, weil es ja sein Business. Darf ich ja jetzt hier nicht linken für ihn, aber es ist ein bisschen viel. Immer noch das Problem. Noch einen Moment. Ich habe neue Soundeffekte. Let's go, hallo. Also, den hatten wir schon. Gänsehaut, Digga. Gänsehaut, Mann. Ohne Scheiß. Oh mein Gott. Echt jetzt? Was? Echt? 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 Ciao. Ciao. Perfekt. Natürlich haben wir auch noch Supersofte, die ich richtig leiden und so. Die müssen wir aber neu einsprechen, weil die, die wir bisher benutzen, taugen wir nicht so. Also, falls ihr immer irgendwas in den Videos entdeckt, was halt lustig ist, gerne markieren. Hey, Soundeffekt wäre geil. Wo war ich denn geblieben? Bei Kage. Der will viel. Nicht übertrieben viel, um ehrlich zu sein. Also, er ist nicht überteuert, aber man kennt es. Die Leute, die Firmen, haben nicht so viel Ahnung, die sind nicht bereit, so und so viel Geld zu zahlen. Unterschätzen Influencer-Marketing und so weiter und so fort. Wollen aber Influencer-Marketing, aber sind nicht bereit, so und so viel zu zahlen. Schwierig, schwierig, schwierig. Also, die unterschätzen das ziemlich, ziemlich stark. Klar, die Influencer dürfen sich auch nicht überschätzen und zu viel verlangen, aber Real Talk, Kage verlangt nicht zu viel. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das so weiterläuft. Und meine Influencerin hat sich auf meine Sprachnachricht vom Vlog gestern. Und dann checkt gerne die Vlogs immer ab, also alle anderen auch. Bist ja nicht gemeldet, deswegen muss ich mal spontan schauen, wo ich eine andere finde, die Bock hat und Interesse, da Sonntag fürs Fotoshoot zu kommen. Ich kenne mir gerade Levi. Ihr wisst, die Jungs sind im Stream Fieber, schauen fast jeden Abend jetzt Just Chatting. Dann reden wir ein bisschen drüber, was machen die, was machen die. Levi mit einem coolen Format Community Date. Die Jungs haben schon gesagt, bewerben wir uns einfach da. Ein bisschen Fame abstauben, was weiß ich. Ja, ein bisschen Aufräum hier noch und dann muss ich mal ein paar Sachen noch erledigen. Habe ich gesagt, dass Kage uns abgesackt hat? Also wir haben geredet, da habe ich noch mit den Group Slug geredet. Können wir mehr Budget haben und kann eher ein bisschen runtergehen und dies, das. Aber hat sich nicht ergeben. Schade. Vielleicht finde ich einen anderen Anime- und Manga-Youtuber. Also ich finde es witzig. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, jetzt wo die Jungs ein bisschen mehr in die Szene kommen und sich das selber anschauen und dann die Ideen bekommen. Hey Hong, das müssen wir auch machen, dies müssen wir auch machen. Wir müssen uns so verhalten, dies, das. Ich so, ja Digga, das ist das, was ich schon seit immer euch versuche näher zu bringen. Und auch da, wo Min uns besucht hat und dann die Jungs gesehen haben, hey, so macht man ein Video. Und so kriegen die langsam dieses Verständnis und jetzt macht alles Sinn. Ah, das ist das, was Hong will. Das macht jetzt alles Sinn. Und jetzt kommt dieser Klick-Moment. Weil Chong schlägt zum Beispiel vor, boah, wir müssen dies und das machen. Ey, ja, danke, das sage ich auch schon seit einer Ewigkeit. Und ja, so passiert das. Ich spiele immer noch Hardzone. Seitdem das rausgekommen ist, was weiß ich, 2012, 13, 14. Eigentlich durchgehend, also nicht viel, aber ab und zu mal ein Game am Abend zur Entspannung. Auf jeden Fall, das war es von mir, Leute. Ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr diesen Vlog hier seht, ist es Freitag. Dann sind die Jungs live, 24 Stunden, ich glaube so ungefähr ab 18 Uhr. Schaut einfach zwischendurch immer mal vorbei. Wir freuen uns über Besuch, über Unterhaltung, dies, das. Ansonsten, das war es von mir, Leute. Folgt uns auf Twitch, Instagram, investiert in Bitcoin, DFI. Ciao.